Ich denke mal, die Prognose fürs Pfingstwetter steht gar nicht mal schlecht. Dann lasst euch mal die Sonne so richtig auf dem Bauch scheinen. Vergesst aber die Sonnencreme nicht. Und sollte es doch wieder erwarten regnen, dann nehmt einfach den Sonnenschirm als Regenschirm. Man muss ja flexibel sein. Und das Beste halt draus machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Pfingsten und dass doch die Sonne scheint. Bis dann!